Passwörter einfach erklärt. Länger als acht Zeichen muss es sein. Großbuchstaben soll es auch noch haben. Und natürlich Zahlen und Sonderzeichen nicht vergessen. Und jetzt gut merken, aber auf keinen Fall aufschreiben. Und in einem Monat wechseln, versteht sich. Für jedes Gerät und jeden Account natürlich ein anderes. Wieso muss das mit den Passwörtern eigentlich immer so kompliziert sein? Wie kann man sich ein Passwort ausdenken, das sicher ist und einfach zu merken? Dazu ist es hilfreich zu verstehen, wie ein Passwort funktioniert und wie es geknackt wird. Ein Passwort kannst du dir wie eine Kombination für einen Zahlenschluss vorstellen. Und genau wie bei einem Zahlenschluss ist es natürlich wichtig, dass du keine Kombination benutzt, die leicht zu erraten oder herauszufinden ist. Deinen Geburtstag oder den Namen von deinem Freund, Kind oder Haustier kann man im Netz meistens ziemlich schnell recherchieren. Und der große Unterschied zum Zahlenschluss ist, dass die Arbeit des Ausprobierens auch von einem Computer erledigt werden kann. Wenn dieser dein Passwort durch das Internet zu knacken versucht, wird er hoffentlich nach wenigen missglückten Versuchen blockiert. Doch wenn das nicht der Fall ist, zum Beispiel wenn einem Anbieter, bei dem du einen Account hast, die Datenbank gestohlen wird, dann hat der Angreifer sozusagen direkten Zugriff auf das Schloss. Und selbst ein altes Notebook kann jetzt Milliarden Passwörter pro Sekunde ausprobieren. Und der Angreifer fängt natürlich mit einer Liste der meistgenutzten Passwörter an und probiert dann mit Hilfe von Lexika, Webseiten und Foren alle existierenden Wörter in allen Sprachen und Variationen durch. Das dauert meist nur wenige Sekunden. Und genau deswegen wird dir immer geraten, eine ungewöhnliche Aneinanderreihung von Buchstaben und Sonderzeichen zu nutzen. Denn so bleibt der Maschine nichts anderes übrig, als alle Kombinationen einzeln auszuprobieren. Brute Force, also rohe Gewalt, nennt sich ein solcher Angriff. Und ist dein Passwort dabei zum Beispiel zehn Kleinbuchstaben lang, dauert es nur wenige Stunden, bis die richtige Kombination geknackt ist. Verlängerst du dein Passwort nur um ein einziges Zeichen, würde es schon 20 Tage dauern. Denn mit jedem Zeichen wächst die benötigte Zeit exponentiell. Fünf Zeichen mehr und selbst zehn Rechner müssten schon über 2400 Jahre rechnen, um dein Passwort zu knacken. Und wenn du jetzt das Zahlenschluss nicht nur breiter, sondern die Rädchen auch noch größer machst, indem du Großbuchstaben und Zahlen hinzunimmst, bräuchten die zehn Rechner für dein Passwort mit 15 Zeichen schon circa 1,1 Milliarden Jahre. Nur leider kann man sich NZB6XRTC57L1MNK so schlecht merken. Aus diesem Grund ist es hilfreich, wenn du von nun an nicht mehr an ein Passwort, sondern an einen Passsatz denkst. Denn Sätze lassen sich einfacher merken und sind länger und damit sicherer als einzelne Wörter. Zum Beispiel 30 geteilt durch 10 gleich 3. Oder Bei einem Passsatz ist die Sicherheit größer als bei einem Passwort. Oder auch einfach Dies ist mein Passwort für E-Mails. So hat man sicher mehr als 15 Zeichen, große und kleine Buchstaben und im besten Fall noch Sonderzeichen dabei. Einen solchen Passsatz mit roher Gewalt zu knacken, dauert mindestens mehrere tausend Jahre. Aber du kannst ihn dir trotzdem leicht merken. Also, viel Spaß beim eigene Passsätze ausdenken. Semikolon minus Klammer zu. Denn die Beispiele von hier solltest du jetzt besser nicht mehr benutzen. Jetzt reicht's aber. Wirklich ist gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weitere Infos und Empfehlungen zum Thema findest du in der Videobeschreibung. Punkt. Ich sag einfach nichts mehr. Ich sag einfach nicht mehr. Ich sag einfach nichts mehr. Was zuest. Wirklich ist böse. Wirklich ist es ja so Pflanzen. Wirklich ist Silverands4 Wirklich ist clapping. Wirklich ist es so noch nicht mehr.